Hallo ihr da draußen und willkommen zum neuen Part von TAPS! Wir müssen hier, wie wir im letzten Part am Ende schon gesehen haben, dasselbe wieder vorbesiegen, plus ein paar Kanonen, haben aber ein bisschen weniger Geld zur Verfügung. Wow, das klingt allerdings irgendwie nicht so ganz fair. Allerdings, ne, dieser M16, oh mein Gott, der hat ja nur 100 Leben, der fällt ja instant um. Was ist ein Superboxer? Ich bin irgendwie am meisten interessiert an diesen Super-OP-Dingern, wir können uns den gerne mal ansehen. Oh Junge, der sieht wütend aus. Schaut euch seine Augen an. Okay, okay, Superboxer! Boxi! Oh, lass dich nicht treffen! Nein, nicht treffen lassen! Oh, das ging mitten ins Gesicht. Autsch! Okay, also einzelne Per... Oh, da kommt die Schusswelle! Also aushalten tut er einiges, aber er kommt nicht vorwärts. Ne, ich sehe gerade Probleme, dass er es schaffen kann, außer er schafft es wirklich hin. Au! Also klein zu kriegen ist der nicht, ne? Autsch! Okay, er ist doch klein zu kriegen. Aber, jetzt wissen wir, dass der echt stark ist, aber nicht gegen Gegner, die dich instant umhauen. Wie mache ich das denn? Vielleicht mit ein paar Katapulten? Katapulte haben sicher mehr Range als Kanonen. Wie komme ich auf diese Idee? Ich habe keine Ahnung, ich kann es ja mal ausprobieren. Die mal da hinten so positionieren. Nur mal schauen, ob die feuern können oder ob die Kanonen jetzt gleich als erstes feuern. Na, ich dachte es mir schon, dass die Kanonen relativ langsam sind. Au! Wow, 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 das läuft so gut. Das läuft so viel besser, als ich dachte. Ja, ja, nur noch ein paar vereinzelte Leute. Ihr dürft euch jetzt nicht von denen töten lassen. Nein, sie haben daneben gerollt! Oh, nein! So nah vom Ziel! Okay, ich baue eins davon weg und überlege mir noch was anderes dafür, dann ist das aber Freeload. Das ist absolut, oder bauen wir sogar zwei weg. Und bauen stattdessen lauter Footmen, die einfach nur dafür da sind, die Kanonen und alles abzufangen. Oh, jetzt kommen die Masterpläne hier. Jetzt wird es wieder Yucai Bonaparte. Und, und, und? Also die Kanonen sterben schon mal, mein Kanonenfutter stirbt auch schon mal. Oh, die Kanone, die hat es ja mal voll weggefetzt. Und jetzt sterben langsam die Einzelnen. Ah, ich bin gespannt, wie die feuern. Die zwei hinteren Katapulte feuern immer auf dieselben Ziele. Aber, 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 oh yeah, Victory! Man braucht nur genügend Opfermassen. Dann funktioniert das von ganz alleine. Okay, der Gegner hat zwei Katapulte. Das konter ich jetzt ganz kreativ mit ebenso zwei Katapulten. Und, um die ganzen Leute in der Mitte kaputt zu machen, machen wir wieder dieses Havachacha. Und dann fehlt uns nur noch eine kleine Reihe Samurai. Und das war's schon. Easy going! First try, ich prophezeie es. Oh mein Gott, die haben einen Chicken Man, die haben einen Chicken Man. Habt ihr gerade eure eigenen Leute eigentlich nur umgelegt mit dem ersten Dingens? Das ist nicht so gut. Also, ich bin zwar kein Experte auf diesem Gebiet, aber die eigenen Leute umlegen es meistens ziemlich kontraproduktiv. Oh mein Gott, die Hühnchen kommen zu nahe! Nein! Zu viele Hühnchen! Der Hühnchenmann hat meine Armee überrannt. Okay, also die Einheiten waren komplett nutzlos. Und ich glaube, die Katapulte sollte ich ein weniger weiter abseits positionieren, damit sie als erstes Target deren jeweiliges anderes Katapult anvisieren. Und die Footmen kommen dann hier. Ah, das sind zu viele. Verdammt, ich hab gar nicht so viele Einheiten. Und hierhin. Probieren wir es nochmal auf diesem Weg. Weil dieses Havachacha ist zwar teuer, aber es tötet so viele Gegner. Es kommt eher darauf an, dass meine Katapulte ebenso die anderen Katapulte schaffen. Ah, die Fokus sind komplett kacke. Hört auf, auf die Dinger zu gehen. Nein, nicht den Hühnchenmann. Ja, der ist später eine Priorität. Nicht jetzt! Oh, toll. Hühnchenmann. Ach, geh doch aufs Katapult! Komm schon, ich glaube an dich! Oh, ist das Katapult down? Oh, du musst doch noch den Hühnchenmann treffen! Ich glaube an dich! Nein, die Hühnchen kommen näher! Treff, 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 treff! Es wurde abgefangen und die Hühnchen haben mein wertvolles Katapult erreicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Das ist nicht gut, nicht gut! Okay, statt dem Ding bauen wir dieses Mal ein Ballista und bauen das hier oben hin, weil es da perfekt steht und dieses Ballista ballert jetzt nirgends hin. Wertvolles Ballista. Sehr, sehr wertvoll, was du hier tust. Oh, außer schießt jetzt aufs Katapult. Oh, gut, du bist tatsächlich wertvoll! Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wow, war das gerade easy! Habt ihr das gesehen? Meine Footmen sind einfach durchgelaufen. Boah, das wird ja immer leichter dieses Spiel. Das Spiel hat man einmal den Dreh raus, wird es ganz leicht. Und ich glaube, ich verliere jetzt wieder ganz, ganz oft, weil das ist immer so, wenn ich sage, irgendwas ist leicht. Okay, wir spielen gegen fliegende Wikinger. Das ist beeindruckend. Also, ich glaube, ich sollte aufpassen, die haben super Kräfte. Und ich konterte die jetzt halt einfach mit einer Menge Fantasy. Oder in dem Fall mit Äxten und einem Archer, der der Anführer ist. Und der steht deswegen hier oben drauf. So, Äxte! Spin to win! Das sieht irgendwie sowas von lächerlich aus. Aber ich kann damit leben. Ich kann damit leben! Wenn die Echse dafür auch irgendwas totkriegen, ist die Axt da hinten gerade in der Gegend rumgeflogen. Los, Bogenschütze! Los! Schieß ihn in den Arsch! Noch einen Schuss, dann ist er down! Du hast ihn doch schon einmal getroffen! Gewinne ich oder verliere ich? Ich kann es gerade nicht einschätzen. Hat gerade mein Bogenschütze meinen Axteini getötet. Ich glaube, mein Bogenschütze hat meinen Axteini getötet. Aber es sieht nicht schlecht aus. Komm schon, Bogenschütze, triff noch einen! Oh! Ein First Try! Boah! Der letzte First Try ist schon Ewigkeiten her. Aber das war ein wunderschöner First Try. Hier sind lauter Äxte. Jetzt will ich nochmal nachschauen, wie viel Leben haben die denn? Tausend. Ja, dann baue ich hier jetzt aber einfach ein paar Archer hin, würde ich mal sagen. Also hier, oder beziehungsweise, nee, machen wir das anders. Machen wir hier eine Archer-Formation, hier eine Archer-Formation, hier ein paar Archer. Und um das Ganze dann zu beenden, bauen wir hier zwei Ninja Master, die von der Seite alles flankieren. Easy. Auch ein First Try. Hört auf meine Worte, das wird ein First Try. Da sterben erstmal die Massen. Ja, ja. Tötet die Massen. Tötet die Massen. Bleibt auf Abstand. Okay, die Massen sind gar nicht... Moment, was sind denn das für Massen? Ach, das sind diese Headbutter. Ich dachte, das wären jetzt halt Standard-Einheiten, die diese Passants oder wie auch immer die heißen. Oh, Wikinger haben keine Chance gegen meine Ninja-Wurfstern-Taktik des blinden Huhns. Das ist komplett unschlagbar. Der Kampfstil des blinden Huhns. Außer die töten sich jetzt gleich selber. Da bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber ansonsten, machen die das gerade ganz gut. Nur noch drei Äxte. Drei Äxte, bevor die zu nahe kommt. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ins Gesicht, ins Gesicht. Oh, schön. Au, das sieht so schmerzhaft aus. Schaut euch mal das an, wo der schon... Au. Hat der zwischen die Beine eins be... Oh Gott. Der Arme. Rest in Peace. Rest in Peace, mein komischer Freund. Okay, das ist jetzt problematisch, weil ich dieses Katapult nicht schnell genug ausgeschaltet bekomme, glaube ich. Außer die Leute fokussen das irgendwie. Ich könnte das hier jetzt einfach mal mit Massen probieren. Probieren wir das einfach mal mit Massen? Leute, was meint ihr? Ja, einfach mal mit Masse. Da noch eine Reihe. Und noch eine Reihe. Und das kann nichts werden, oder? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Okay, los. Massen auf die Gegner. Stürmt sie. Oh Gott. Also die Schilder werden einfach umgerannt von den Massen. Das Problem ist, wenn das Katapult jetzt genau... Au. Da in die Mitte reinschießt. Da macht das ziemlich viel Schaden. Moment, sehen wir es mal aus der Sicht des Katapultes an. Oh, ich glaube, die Taktik geht auf. Oder? Oh, das Katapult killt seinen eigenen Axtypi. Einfach... Oh Gott. Der hat sie nicht getötet. Der hat ihn nur weggeschubst und damit Zeit gewonnen. Das ist jetzt nicht so gut. Okay. Jetzt werde ich ein bisschen nervös. Das hat so viel Zeit gekostet. Verdammt nochmal. Könnt ihr die jetzt mal töten? Was ist denn bei euch da hinten los? Ihr sollt nicht mit denen spielen. Ihr sollt sie töten. Da. Pieks ihn. Los. Pieks ihn mit deinem Ding in den... Ah. Okay. Das ist mir egal, wo du ihn hinpiekst. Hauptsache, er steht nicht mehr auf. Ich sagte nicht mehr aufstehen. Oh Gott. Das Katapult räumt einfach auf. Nein. Ich kriege die Äxte nicht down. Oh. Verdammt. Das war so ein guter Try. Aber sie sind zu unfake. Müssen wir nochmal clearen. Dann lassen wir dieses Mal die Asiaten ran. Dieses Mal nicht die Headbutters, sondern die Samurai. Da machen wir noch 2-3 Samurai hin. Und dann machen wir hier einen Ninja Master vorne hin. Der hoffentlich nicht gefokust wird von dem Katapult, weil er sonst instant tot ist. Okay. Samurai gegen Wikinger. Das ist viel besser. Oh. Das war gerade Glück, dass er ausgewichen ist. Also. Das war jetzt kein Skill. Das war reines Glück. Aber die Samurai laufen ziemlich gut. und stechen sie gnadenlos ab. Boah. Die Axtyp. Die haben ja gar keine Chance gegen die Samurai. Okay. Irgendwie sind die alle doof. Könnt ihr ihn jetzt? Jetzt stech ihn ab. Stech ihn ab. Komm schon. Er hockt schon da. Oh Gott. Jetzt müsst ihr nur noch das Katapult schaffen. Wehe. Ich glaube an euch. Wenn die jetzt versagen, bin ich wirklich traurig. Ja. Ja. Würf. 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 Oh Gott. Lebst du noch? Er lebt wirklich noch. Rück vor, meine tapferen Samurai. Und der Ninja Master hat es gecarried. Nice. Richtig geil. Was haben wir denn jetzt? Wow. Das wird ja immer einfacher. Oder sind das Sperrwerfer? Ach, das sind Sperrwerfer. Ich dachte gerade kurz, das wären Milis. Da das Sperrwerfer sind, gehen wir das am besten kreativ an. Da die Sperrwerfer nicht durch die Schilde kommen. Moment. So. Jetzt haben wir schon mal die Schilde. Und wie kontern wir jetzt die Äxte? Die Äxte kontern wir mithilfe einer Balliste, die wir hinten verstecken, sodass er bestenfalls permanent schießen kann. Ah, Yukai. Du bist so der perfekte Spieler in Taktik spielen. Ich dachte jetzt echt, der schießt mit dem ersten Schuss einmal in den Rücken von meinen Soldaten. Das hätte ich jetzt ernsthaft erwartet. So, es läuft gut. Seht ihr, die ganzen Sperre bleiben zwar drin stecken, aber sie reichen nicht, um die Schilddinger zu töten. Und danach werden sie einfach getötet, indem die Schilder sie überrennen. Das einzige Problem sind die Äxte. Und dafür ist hoffentlich mein Katapult hinten schlau genug. Aber das ist noch so die große Variable. Wie schlau ist mein Katapult? Das muss ich jetzt noch ein paar Mal treffen. Komm schon. Au, noch ein Kill. Langsam wird es ein bisschen tricky. Meine Soldaten gehen langsam down. Nein, nicht daneben schießen. Das können wir uns nicht leisten. Okay, drei Gegner noch. Drei. Okay, vier. Oh nein. Nein, du darfst wirklich nicht daneben schießen. Jeder Schuss muss jetzt sitzen. Komm schon. Geh auf den Bogenschützen. Der kann dir Schaden machen gerade. Nein. Oh, 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 oh. Oder den Mili. Vielleicht schaffst du es. Nein, geh auf den Mili jetzt. Nein. So knapp. Was für ein Idiot. Er hat so oft verfehlt. Er hat das Vaterland enttäuscht. Welch Schande. Gut, dann bauen wir zwei Ballisten. Was macht man, wenn eine Balliste nicht gut genug trifft? Man baut eine zweite. Habt ihr gerade... Ich hasse euch beide. Ihr seid beide unfäh... Könntet ihr aufhören, auf eure eigenen Leute zu zielen? Also, nur so eine leicht hypothetische Frage. Jetzt haben die schon wieder zwei von ihren eigenen getötet. Verarscht ihr mich? Alter, die sind schon tot. Die schießen auf ihre eigenen Männer, die schon tot am Boden liegen. Was ist denn mit euch falsch? Okay, okay. Ich muss mir diese Soldaten anschauen. Die haben ja eindeutig kein Gehirn. Die haben nicht mal Augen. Schaut es euch an. Sie haben keine Seele. Sie sind rot und tot und haben keine Seele. Okay. Also, ich prophezeie, das wird nichts, dieser Versuch. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber... Ja, okay. Die schießen immer auf denselben. Also, so kann das nichts werden. Und jetzt stürzen sich die Gegner da drauf und... Das Ende kommt jetzt. Das war jetzt zu erwarten. Okay. Ich glaube aber, das Setup ist gut. Nur die Positionierung ist noch kacke. Wir könnten auch einfach stattdessen hier einen Katapult hinbauen und... Hier noch einen wegbauen und dann hier einen Katapult hinbauen. Vielleicht funktioniert das besser. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, welche Seite ich mehr mag. Katapulte oder Ballisten. Aber, okay. Daneben geschossen und... Oh, getroffen, aber nicht getötet. Verdammt. Das ist dann nicht so gut. Nochmal eingetötet. Ich glaube halt, dass die Katapulte besser gegen Massen sind und die Ballisten besser gegen einzelne Ziele. Oh, das war aber gerade ein guter Schuss auf beide. Auf beide Axt-Heinis war das ein guter Schuss. Ah, das Problem ist nur, dass die Echsen nicht umfallen, ne? Oh, ich glaube, der hat gerade seinen eigenen getroffen. Ah, komm schon, komm schon. Oh, der fetzt da ihn noch weg. Jetzt sind nur noch die Echsen übrig. Komm schon, das schafft ihr. Ich glaube an euch. Leute, feuert die Katapulte an. Ich will das jetzt schaffen. Komm schon. Feuer, Feuer, Feuer. An was bist du denn jetzt abgeprallt, komischer Schuss? Nein, 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 nein. Komm schon. Feuer, 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 Feuer. Oh, auf den, komm schon. Schieß ihn ab, schieß ihn ab. Ah, daneben. Oh, dafür war der Schuss umso besser. Das Katapult da hinten trifft nichts mehr. Oh, 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 ich habe ein gutes Gefühl. Komm schon, triff, triff, triff. Ich glaube an dich. Oh, da schießt er ihn noch mal weit zurück. Weit, weit, weit fliegt der Gegner dort zurück. Noch ein Schuss darauf treffen. Oh, richtig nice. Und es ist nur noch ein Werfer übrig, der sogar da hinten stuckt. Komm schon, den trefft ihr. Äh, zielt ihr überhaupt auf den? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ja, 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 ja. Wie, der lebt noch? Alter, ein fetter Feld hatte ich gerade getroffen. Yeah. Okay, Katapulte sind so viel besser. Okay, einen Versuch machen wir noch auf der Map. Und danach war es das auch schon wieder mit dem Part. Die Zeit vergeht so schnell. Das ist echt der Wahnsinn. Also, dieses Spiel ist echt schwachsinnig. Also, das muss ich sagen, bevor ich irgendwas anderes über dieses Spiel sage. Es ist echt schwachsinnig und echt witzig. So, wie ich gerade gesagt habe, Ballisten sind gut gegen einzelne Ziele. Deswegen probieren wir es jetzt gerade wieder ein bisschen mit Masse. Okay, also, wer sich jetzt fragt, was das für eine Aufstellung ist, ich weiß es nicht. Bogenschützen vorne, beziehungsweise Archer vorne. Gegen die mit Schild, aber, oh Gott, die standen zu nahe zusammen. Na, das... Wobei, es ist noch minimal bestätigt. Nein, 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 geht doch erst auf die Balliste. Die Balliste reduziert doch eure Leute viel schneller als die einzelnen. Oh, geht auf die Balliste. Tötet die Balliste. Ja, messer sie ab. Oh, jetzt hat er sie nicht abgemessert. Kommt schon, zwei Ninjas. Schafft ihr. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Es gibt Bonuspunkte. Okay, nur noch zwei Ballisten. Zwei Ballisten. Oh, da schießen sie daneben. Na, jetzt, jetzt haben sie anvisiert. Wird die Balliste treffen? Oh, kritischer Treffer auf meinen ersten Soldaten. Und, 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 und. Nein. Ein mächtiger Soldat. Totgebracht von einer Balliste. Verdammt. Aber Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal ein Abo oder ein Like da lassen. Würde mich auf alle Fälle unterstützen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Tabs wieder. Kommt momentan alle zwei Tage, weil ich so oft gefragt werde. Bis dann, tschüss. Danke fürs Zusehen.